ja herzlich willkommen zurück bei avon colony ja beim letzten mal haben wir es ja noch ganz knapp geschafft unsere kolonie ein bisschen zu retten das ganze ist etwas elektrisierend aber jetzt haben wir es hier fertig das heißt wir können erst mal sobald diese drohne aktiv ist hat im moment noch keine energie hier war ja etwas zerbrochen durch den blitz einschlag perfekt können wir uns die hier schnappen kriegen wir erst mal 100 naniten von denen würde ich naja ganz gerne erst mal einen zweiten blitzturm bauen damit eben nicht immer alles hier oben auch zerstört wird da setzen wir den einfach mal dorthin gut die luftqualität steigt das ist erst mal das wichtigste so es gab übrigens wieder einen neuen kleinen patch also die entwickler sind da wirklich in sich dran das ist jetzt das spiel kam am 25 siebten raus und es ist jetzt der vierte patch der wachs entfernt und kleine sachen verbessert es gibt jetzt im hauptmenü auch einen button für die also ja völlig verpeilt gerade tut mir leid ja so ein handelsschiff angekommen außerdem kann man wohl irgendwie öfter auf ploppende warnmeldungen zum einen ploppen die nur noch alle 40 sekunden auf nicht mehr so ganz so häufig wie vorher und man kann die wohl auch irgendwo leise stellen also bluten ich weiß nur nicht genau wo müssen wir abwarten wir haben jetzt schon gut so was gerade gar nicht ist der riesen vorteil und ich würde sagen wir lassen mal wieder leute rein damit wir auf 100 kommen dann kriegen wir eine kleine belohnung aber wir brauchen halt leute ja wir haben nur 57 prozent der arbeitsplätze belegt das ist jetzt hierbei egal ja und wenn man hier oben drauf liegt wird auf den charakter zentriert das war glaube ich auch eine der neuerungen aktuelles ziel ja nach hinten geht hin so haben wir das ich würde eigentlich ganz gerne ein forschungszentrum bauen ich weiß nur nicht naja genug arbeiter für komplett haben wir eh nicht nur um alles zu besetzen aber wir haben vorhin auch nicht genug energie das löst sich aber ja gerade 58 naniten ich baue es einfach mal toll was macht dieser weg da eigentlich können wir direkt mal recyceln diesen tunnel dann dürfte das forschungszentrum hier perfekter weise hin passen ja das passt wie sieht es aus wir haben noch ein bisschen kapazität an wohnungen frei das ist gut da muss also nichts neues her alles klar wunderbar nahrung steigt an nahrungsvielfalt ist gut die qualität hingegen ist grenzwertig hier haben wir plus fünf qualität wobei das ja auch nicht sonderlich gut arbeitet gerade die zufriedenheit steigt auch nur so naja unterhaltung fehlt haben wir denn noch gar keinen park oder sowas nein tatsächlich noch gar nicht oder noch mal einen zweiten eine zweite bar oder einen zweiten grill mit dem diagramm modus der hat nämlich unterhaltung oder einfach einen park damit man auch von allen seiten hinkommt und wir haben die 100 einwohner erreicht die nächste aufgabe wird dann sehr wahrscheinlich sein 200 einwohner zu erreichen aber vorher eine kolonienbelohnung ja choose wisely ja naniten brot oder zuwanderer brot im moment brauchen wir nicht würde ich sagen das ist dann der 19 nahrung pro kolonist sehr wahnsinn erstmal 40 naniten naniten nanö ähm ich nehme einfach mal die 8 zuwanderer die können dann direkt irgendwo arbeiten sinkt dann natürlich die nahrung pro kolonisten klar aber sie wird auch wieder etwas ansteigen hoffe ich mal wird sie und solange sie noch auf angemessen bleibt ist das alles glaube ich auch wenig ein problem eben sieht das heute ein bisschen verspummener aus oder täuscht das wenn ihr euch wundert ich glaube dass ich nicht an der aufnahme lasst uns doch diesmal mal die naniten nehmen und wir gucken mal was wir hier noch handeln können wir müssen ja nicht immer jetzt die naniten gegen rationen tauschen wir könnten ja auch zum beispiel grogi gegen melonen tauschen ich meine ein bisschen grogi haben wir oder grogi wie auch immer und dann dafür kriegen wir dann melonen das ist doch auch eigentlich eine nette sache und wir haben ja einen plus an nahrungsmitteln theoretisch irgendwie sieht das nicht so ganz klar aus steht das mal an oder täuscht das naja wenn man sie rauf dann geht's dann schaut mal wenn ich so mache das vorher auch schon so die überfläche wie total unschärf naja wir haben eine neue mission genau glückwunsch zum gewinn des referendums ja wir haben referenten ja auch ausgeschaltet glücklicherweise ja 59 prozent es wäre knapp geworden irgendwann jetzt dieses jahr wäre das erste referendum und es wäre knapp es wäre echt verdammt knapp naja ich hoffe dass die leute noch zufriedener werden wieder und sobald sie nämlich dann zufriedener sind dann arbeiten die nämlich auch wieder besser die moral ist ja also ein 60 aber es steigt es steigt zwar hier rechts schneller als hier in dem haupt fenster aber es steigt das ist ein gutes zeichen gut das mag auch mit einer luftqualität natürlich liegen weil auch die etwas ansteigt im vergleich zu vorher meine wir können natürlich noch ein bisschen mehr hier einsetzen wir können nochmal einen lüfter bauen und dann nochmal und dann nochmal oder halt wir müssen die hier einfach voller besetzen wenn man das mal vergleicht ne ein voll besetzter 18 na gut der ist auch voll besetzt aber der andere ansauglüfter war ja noch nicht voll besetzt ne das heißt bis zu 15 luftqualität hoch das ist nett gut ich lässt dann mal nochmal ein bisschen schneller fortlaufen ach ne wir haben übrigens unser forschungszentrum fertig so was können wir alles forschen auf stufe 1 schon mal ein bisschen was wir produzieren ja kori vor allem für die bohnen wir können zum beispiel hier erforschen die kori pastete dafür brauchen wir noch mehl wer aber auch nicht so ganz verkehrt hauptsache wir machen das dann schon mal ja hier haben wir dann auch zum ersten mal so verstärker die gesundheit erhöhen oder produktivität erhöhen irgendwie weil kriminalität senken und so weiter und so fort dazu brauchen wir auch immer irgendwie hier für blitz zum beispiel die kori bohnen und xenosalbei erhöht die zufriedenheit und bis zu 8 prozent schadet aber der gesundheit und produktivität und erhöhte kriminalität klar das klingt gut das ist doping für die bewohner nur für die bewohner und so hier müssen wir übrigens auch mal reparieren können wir auch direkt mal tun so energie sieht ja auch angemessen aus das ist ja was wir auch mal eben ähm hm sollten wir das vielleicht mal aufrüsten ne für neun naniten lohnt sich das doch meine mutig machen wir um nahrung im moment noch keine sorgen aber es kommen halt immer leute mit dazu 3 pro reise geht dann doch nach einer zeit schneller als man denkt dass man plötzlich irgendwo im minus ist ohne dass man es merkt so die luft qualität steigt immer weiter an das finde ich wunderbar wir haben es also tatsächlich erstmal grob geschafft das in den griff zu bekommen halt na ein splittersturm toll aber wir können jetzt einen plasma turm bauen das ist ja ich brauchte ja arbeiter nee nee ich wollte mal da oben nehmen während wir das hier auch eben reparieren braucht 10 energie aha so der plasma turm hat ein radius bis nach dort also sollten wir hier oben vielleicht noch mal einen hin bauen und die können nämlich dann auch immer mal ein paar sachen abwehren sodass wird alles repariert gleich irgendwann später müssen wir hier mal aufrüsten denn wenn wir den bau drohnen knoten punkt aufrüsten bekommen wir eine zweite bau drohne mit dazu und das schadet natürlich nie das wird wieder bitter kalt in dieser kolonie wir schauen mal hier wir schauen mal hier die leute laufen hier in 18 zahlen durch die gegend ist ja auch erhöhte geschwindigkeit wie haben wir denn hier tracy varro arbeitet im geothermalen generator und das sieht geil aus hier diese endlose reihe an tunneln überall geht es zu irgendwelchen gebäuden gl 했는데 Modus ich bin mal beim bauern noch hier sind wir bei der bei der chorifarm dort wachsen die wachse die ok ich brauche uns muss man wieder beenden ein handelsschiff ist eingetroffen problem ist wir haben jetzt dann weniger grogi für die bohnen da wir ja damit handeln vorteil ist wir bekommen dadurch millionen die kassaba millionen von der alten erde die wachsen am besten war mann tropischen bedingungen ja es gibt tatsächlich planeten da wachsen die so naja genial möchte schon fast sagen dass man da wirklich ich weiß ich gar nicht 18 pro stunde rauskriegt da wird es ja auch noch das mit auch noch repariert werden wurde aber noch nicht angefordert und das jetzt ist unser plasmatur immer schön den himmel nach allem möglichen absucht dann würde ich sagen lassen wir erstmal ein bisschen einfach mal weiter laufen so wieder drei neue kolonisten soviel steigt ja das ist gut wenn auch immer noch nicht auf das was ich gerne haben würde immer noch 61 prozent das kann aber sein und die haben kriminalität bei denen fehlt es ein bisschen an unterhaltung aber vielmehr eigentlich auch nicht ihr bekommt euren eigenen park dort oben hin bitteschön dann seid aber bitte auch zufrieden liebe leute kriminalität ja gut können wir aufrüsten den polizeidronen knotenpunkt nicht die krimine nicht die kriminalität an sich aufrüsten nach logisch und wissen die effizienz steigern ja hier oben haben wir dann eh keinen schutz also und hier gibt es tatsächlich auch kriminalität wollen wir den einfach direkt hier oben auch mal einen hin gut das haus ist voll das heißt entweder bauen wir hier auch ein habitat hin oder erst mal noch einen außenposten noch einen außenposten und die forschung ist abgeschlossen das ist gut und bisher was wir erforschen jetzt sagen einfach einmal alles komplett durch die leute beschäftigt haben was zu tun ist doch gut naja das ist auch die nahrungsqualität niedrig da passt mal auf der schon aufgerüstet der ist schon aufgerüstet mit ihr erhöhen dann wird plus 14 nahrungsqualität ja ich baue mal noch einen zweiten dann bauen wir mal nach deinem möchte das nächste karri fertig ist natürlich ein weg drum herum können alle leute von überall gut hin und die zufriedenheit steigt dann bin ich auch zufrieden die qualität ist jetzt auf grenzwertig